Ich habe die Höhle entdeckt, kurz nachdem ich aus dem Marienhaus und nach Langenberg zurückkam. Ich habe mich sofort richtig in dieses Ding verliebt. Weil ich die Höhle so in ewig als mein eigenes Reich angesehen habe, als mein Zuhause, als etwas, das nur mir gehörte, das war so ein wunderschöner Ort, jedenfalls für mich, so ein wunderschöner Ort. Ich habe mich voll mit einem Wunderschöner Ort, jedenfalls für mich, so ein wunderschöner Ort. Ich habe mich sehr, 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 sehr gut mit dem Schöner Ort. Ich habe mich sehr, 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 sehr.